Jo, was geht ab Leute, hier ist Echo Freezy und checkt das Album, das neue Album von meinem Bro, Blockmonster, aus. Es heißt Blockhaus und es erscheint bald. Sichert euch die limitierte Edition und eine Überraschung ist dabei, ich bin nämlich auch drauf. Das hättet ihr nicht gedacht. Peace! Bis zum nächsten Mal.